Was geht ab Freunde? Heute habe ich wieder eine neue UV-Liste für euch vorbereitet, die ihr diese Woche, aber auch die nächsten Wochen sehr, sehr gut nutzen könnt. Natürlich werden sich die Preise ein bisschen ändern, aber ich erkläre ja auch, wann ihr welche Spieler wie wo einkauft und worauf ihr achten müsst. Und wenn ihr darauf achtet, dann solltet ihr auf jeden Fall good to go sein und diese Liste auch noch in ein paar Wochen nutzen könnt. Deswegen hört mir gut zu, bleibt bis zum Ende dran, lasst ein Like und einen Kommentar dafür im YouTube-Algorithmus. Das wäre sehr, sehr nice, wenn wir hier auf jeden Fall wieder die 200-300 Likes voll machen könnten. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne ein Abo dalassen, um in Zukunft dann solche Videos auf jeden Fall auch zu sehen und nicht zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir starten auf jeden Fall rein und gucken uns jetzt mal zusammen bei Foodbin die Spieler an, die wir einkaufen. Ich habe mir die Liste jetzt auch nicht so gebaut, erst günstig, dann teuer oder whatever. Ich werde jetzt einfach sagen, welche Spieler, zu welchen Preisen, worauf ihr noch achten müsst. Und ja, die normalen UV-Regeln bleiben natürlich die gleichen. Wir haben jetzt hier als Beispiel Chormeni, daran kann ich euch das ja einfach mal erklären. Ich würde euch Chormeni jetzt fünfmal auf die Liste packen für maximal 2500 Coins, zumindest für diese Woche. Jetzt ist sein Preis halt gerade 2500 Coins ungefähr diese Woche. Wenn ihr maximal für diesen Preis mit Shadow einkauft, ihr könnt bei Foodbin mal gucken, was die beliebtesten Chemiestile sind. Wenn ihr runterscrollt, hier seht ihr jetzt Shadow, Engine, Anchor. Aber ich sage euch einfach immer den Chemiestil, den ich kaufen würde. Es sind eh immer nur so zwei, drei Chemiestile. Das sind halt so die beliebtesten beziehungsweise die teuersten. Und dann kauft ihr euch fünfmal Chormeni für 2500 Coins maximal auf dem Transfermarkt mit Shadow. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich snipen oder euch die Karte erbieten. Natürlich ist das sehr beliebt, einen Chormeni für Foodbin-Preis zu kaufen, der direkt einen guten Chemiestil hat. Und jetzt ist es zum Beispiel gerade mit in der Nacht, Montagabend. Das heißt, ich könnte eigentlich ohne Probleme einkaufen. Weil erst so Richtung Mittwoch, Donnerstag wird es ein bisschen kritisch. Weil in den letzten Wochen war es immer so, dass da die Karten immer noch mal ein bisschen günstiger geworden sind. Bis zum Freitag zur Weekend League sind sie dann aber wieder ein bisschen angezogen. Das heißt, selbst wenn ihr eure Karten am Mittwoch und Donnerstag die ganze Zeit noch auf der Liste lasst und sie nicht vorher auscashed, sollte es keine Probleme geben, weil sie Freitag wieder denselben Preis erreichen. Und ein Chormeni Freitag sollte auch wieder ungefähr bei 2500 Coins liegen. Und wichtig bei UV, ich habe es gerade schon gesagt, eure Liste laufen lasst. Das heißt, ihr packt jetzt Chormeni fünfmal auf eure Liste. Ihr kauft euch den fünfmal. Und wenn die Liste voll ist, dann müsst ihr alle Spieler die ganze Zeit anbieten. Also fünfmal auf die Liste bedeutet ja nicht, ihr packt ihn irgendwie einfach nur auf die Transferliste und lasst ihn da liegen. Sondern ihr bietet ihn direkt fünfmal an. Und das macht ihr mit allen anderen Spielern genauso, sodass ihr am Ende 100 Objekte auf der Liste habt. Und die laufen dann jede Stunde aus. Ihr drückt einfach auf alle Objekte neu anbieten. Dann werden die neu angeboten. Und wenn sich dann Chormeni zum Beispiel zweimal verkauft hat, dann kauft ihr Chormeni zweimal nach. Und genauso, wie gesagt, macht ihr es auch bei den anderen Spielern, die ich euch jetzt nenne. Achso, den Verkaufspreis braucht ihr natürlich auch noch. Wenn ihr Chormeni für maximal 2500 Coins bekommt, dann bietet ihr ihn für 3500 bis 4000 Coins an. Zweiter Spieler auf der Liste ist Jeremy Frimpong. Der liegt jetzt bei 2400. Das heißt, auch hier so bis maximal 2500. Und da ein Außenverteidiger ist, braucht er auch einen defensiven Chemiestil. Das heißt, ich würde mit Shadow und Anker gehen und würde den dann auch für 3500 bis 4000 Coins anbieten. Dann packen wir uns noch fünfmal Marcus Llorente, der übrigens sehr, sehr günstig geworden ist, auf die Transferliste. Er wird zwar als RM hier gelistet, aber die meisten spielen ihn natürlich als ZM oder Rechtsverteidiger. Deswegen brauchen wir auch hier bestmöglich einen defensiven Chemiestil. Shadow, Anker sollte der haben. Maximal 6000 Coins sollte er kosten. Und den können wir für 7000 bis 8000 Coins auf dem Transfermarkt anbieten. Einer meiner Lieblingskarten, beziehungsweise einer meiner Topseller ist Columwani. Der sinkt zwar, also ihr seht es, deswegen sage ich immer, es wird keine Goldkarte jetzt in drei Wochen noch so viel wert sein. Das heißt, wenn ihr dieses Video in drei Wochen anguckt und diese UV-Liste nachbaut, wird Columwani vielleicht 2000 Münzen kosten oder so. Natürlich sinken die, aber im Verlauf der Woche sollte es immer möglich sein, diese UV-Liste eigentlich laufen zu lassen. Guck mal, wir können das mal bei Columwani hier checken. Letzte Woche Sonntag, Montag war bei 27, 28k. Dienstag dann bei 29k, Mittwoch bei 28k. Donnerstag war er dann günstiger. Freitag tagsüber, kann man noch Freitag letzte Woche sehen? Oh, man kann Freitag letzte Woche noch sehen. War er, oh, bei 14k? Ist das richtig? Ist das, warte mal, Samstag? Ne, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich hier gerade komplett verwirrt. Jetzt bin ich hier, ja doch, das müsste eigentlich richtig, hä? Ne, 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 ach so, warte mal, diese Woche war das jetzt hier, holy shit. Ich dachte gerade, Digga, was, der ist, der war hier bei 27, bei Freitag, ne, 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 ich dachte gerade schon, das geht nicht. Also auf jeden Fall hier Sonntag, dann nehmen wir diese Woche Sonntag. Montag war der ungefähr bei 14k, dann war er hier bei 16k, bei 15k, bei 14k und hier steht zwar jetzt 12k, aber das ist, weil Football den Durchschnitt nimmt. Wenn du jetzt nämlich Freitag anguckst, dann war er Freitag 14k. Deswegen meinte ich, wenn ihr den Sonntag, Montag einkaufen würdet, theoretisch für eure UV-Liste, und dann verkauft er sich Montag das erste Mal, du kaufst ihn wieder nach, dann verkauft er sich Dienstag noch zweimal, kaufst ihn wieder zweimal nach und so weiter und so fort. Dadurch, dass ihr ihn halt mit einem guten Chemiestil kauft, ist er ja sowieso mehr wert, als ihr ihn zu dem Zeitpunkt kauft. Also wenn ihr jetzt einen Kodomoani jetzt für 5k mit Hunter kauft, ist er halt eigentlich mehr wert. Deswegen funktioniert UV dann auch mit dem sehr gut. Und deswegen bin ich der Meinung, egal ob wann ihr diese Woche einkauft, solltet ihr am Ende der Woche Freitag, wenn ihr rechtzeitig rausgeht, ihr habt es jetzt gerade beim Verlauf gesehen, man sollte Freitag halt rechtzeitig vor dem Event rausgehen. Foodbind ist immer so eine Stunde vorher. Das heißt, 18 Uhr hat der angefangen, den Drop mitzunehmen. Ne, sogar 19 Uhr. 19 Uhr war der Drop. Um 19 Uhr war er 4k günstiger als 18 Uhr. Also 19 Uhr kam das Event und da war er dann schon bei 10k. Dann nochmal eine Stunde später, das heißt um 20 Uhr war er bei 9k. Nochmal eine Stunde später war er bei 8k und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr spätestens Freitag gegen 12, 13 Uhr eure UV-Liste verkauft habt und die Spieler, die sich bis dahin halt nicht verkauft haben, einfach auslöst. Das heißt, wenn ihr jetzt hier Freitag gerade wärt und Kodomoani kostet dann 14,750 und ihr habt ihn, keine Ahnung, für 15 geholt, dann verkauft ihn einfach für 14.750, damit er halt direkt weg geht, weil ihr habt ihn dann mit Chimisi gekauft. Ich glaube, ich habe es bei Kodomoani noch gar nicht gesagt. Fünfmal auf die Liste, 5000 Coins mit Hunter und dann könnt ihr den auch für 6-7k anbieten. Und deswegen, wenn ihr ihn dann für 14k letzte Woche mit Hunter geholt hättet und ihn dann Freitag für 15k auflöst und ihn meinetwegen, keine Ahnung, am Mittwoch oder so hier für 16 geholt habt, dann ist das nicht so schlimm. Aber deswegen meinte ich persönlich auch, dass ich gerne meine Liste vor Mittwoch, Abend und Donnerstag bei den Rivals Rewards auflöse. Man kann ganz gut Mittwoch, Abend spätestens raus sein, dann lässt man das Abends einfach erstmal aus und kann dann Mittwoch auf Donnerstag, Nacht ganz gut einkaufen und dann steigen die Donnerstag sogar wieder ein bisschen an. Guck mal, der war wieder von 13 auf 15, Donnerstagabend gab es wieder einen Drop, dann konnte man Donnerstagabend auf Freitagabend auch wieder gut einkaufen. So und dann ging es Freitag wieder bergauf, war wieder bei 14, 15 und dann ging es halt bergab und da sollte man dann wieder chillen. Aber dafür gibt es auch die kostenlosen WhatsApp-Trading-Gruppen. Einfach bei Insta ein Follow dalassen. Ihr seht es in meiner Story, wenn es eine neue Gruppe gibt. Aktuell sind alle kostenlosen Training-Gruppen voll. Ich poste da aber einen Link, wenn ich eine neue Free-Trading-Gruppe aufhabe. Oder ihr lasst einfach einen Sub auf Twitch da, mit Amazon Prime ist das kostenlos. Oder ihr zahlt halt 4 Euro für den Sub und dann kommt ihr in die VIP-Gruppe. Da sind jetzt noch 300 Plätze frei und wenn diese 300 Plätze voll sind, das heißt, wenn wir bei 1000 Plätzen sind, wir sind aktuell ungefähr bei 700 Plätzen von der VIP-Gruppe, und wenn diese 1000 Plätze voll sind, dann ist die VIP-Gruppe zu. Außer jemand verlängert halt mal seinen Sub nicht, dann fliegt er halt aus der Gruppe raus und dann kann jemand anders nachjoinen. Aber diese Gruppe bleibt limitiert auf 1000, weil es bringt mir nichts, wenn wir da irgendwann 5.000, 6.000 Leute drin sind und ich da exklusive Tipps gebe, die wie gesagt nur diese VIP-Gruppe bekommen und dann da 5000 Leute drauf sind und da alle in einen einzigen Spieler reingehen, dann pushen wir uns gegenseitig hoch und dann bringt das irgendwann gar nichts mehr. Deswegen 1000 ist da das Limit und dann wisst ihr auf jeden Fall jetzt schon mal Bescheid. Gut, wir machen das bei den nächsten Spielern jetzt schneller. Ich sage einfach, den Spieler auf die Liste packen, für den den Preis mit Chemie-Stil und so anbieten, damit das Video nicht zu lang wird. Aber ihr habt jetzt mal die ganzen Infos noch mitbekommen, ne, diesen Preisverlauf und so und daran könnt ihr jetzt auch ein bisschen besser dann euch selbstbewusster daran trauen, die Karten einzukaufen, wenn ihr zum Beispiel 5 mal Kimmeng-J auf eure Liste packt, für 4.500 Coins mit einem Shadow Chemie-Stil und den bietet ihr dann für 6.000 bis 7.000 Coins an. Martinelli könnt ihr euch 5 mal holen für 3.000 Coins ungefähr, mit einem Hunter und dann für 4.000 bis 5.000 anbieten. Herois HD kann man sich 5 mal für 1.500 Coins holen, am besten auch Hunter drauf haben, dann 2.500 bis 3.500 Coins. Gabriel-Ressource kriegt ihr 5 mal für 2.000 Coins ungefähr, auch Hunter drauf haben und dann 3.000 bis 4.000 Coins auf die Transferliste packen. Fabio kriegt man auch für 2.000 Coins, 5 mal einkaufen mit einem Shadow am besten und dann auch für 3.000 bis 4.000 Coins auf die Transferliste packen. Bremer gibt es auch für 2.000 Coins, voll günstig diese ganzen Karten, auch 5 mal mit Shadow und dann für 3.000 bis 4.000 Coins auf eure Liste. Luis Dias ist etwas teurer, 8.500 Coins kauft ihr euch mit Shadow ein, 5 mal und dann für 10.000 bis 12.000 auf eure Liste stellen. Wir fangen jetzt auch an, Special Karten in unsere Liste einzubauen. Henderson ist der erste, Henderson Trailblazer, 12.000 Coins maximal mit einem Shadow Chemiestil 5 mal und dann packt ihr den für 14.000 bis 15.000 auf eure Liste. Kerolyn Nicoli kann man sich auch für 13.000 maximal mitnehmen mit Hunter und dann für 15.000 bis 16.000 auf die Liste packen. McTominay auch 5 mal für 11.000 Coins mit Shadow und dann für 13.000 bis 14.000 auf die Liste stellen. Varadzkela sollte auch sehr, sehr gut laufen, 5 mal für 11.000 Coins maximal mit einem Hunter natürlich und dann auch für 13.000 bis 14.000 auf die Liste. Martinez läuft jede Woche sehr, sehr gut, 85er sind auch aktuell ein bisschen angezogen, aber die sollten sich diese Woche auf jeden Fall mehr oder weniger gut halten. 6.000 Coins und dann für 7.000 bis 8.000 draufstellen und ihr braucht nicht auf Chemiestil Achtung. Cascarino ist die nächste, übrigens ein sehr, sehr guter Supersub an der Stelle. 3.000 Coins kostet sie, dann kauft ihr sie mit Hunter 5 mal und packt sie für 4.000 bis 5.000 auf eure Liste. Kelly ist die vorletzte Spielerin, kriegt ihr 5 mal für 2.000 Coins, auch am besten mit Hunter und dann bietet ihr sie für 3.000 bis 4.000 Coins an. Letzter auf der Liste für heute ist Bruno Gemerisch mit einem Shadow Chemistry Style für 2.000 Coins 5 mal einkaufen für 3.000 bis 4.000 auf die Liste stellen und dann solltet ihr am Ende des Tages nicht mehr als 500.000 Coins bezahlt haben, wenn ihr die Preise hier aus dem Video bekommt und habt 100 Transferlistenplätze voll und in der Regel, wenn es gut läuft, wenn UV gut läuft, sind es so 5 Verkäufe pro Stunde, würde ich sagen. Und dadurch, dass ihr bei manchen Karten wirklich auch 3.000 Gewinn pro Karte habt, vielleicht sogar manchmal 4.000 Gewinn, plus manchmal halt Karten habt, wo ihr 1.000 Gewinn macht oder 2.000 Gewinn macht. Aber bei 5 Verkäufen kommt ihr schon so auf die 10.000 Coins pro Stunde, würde ich ungefähr sagen. Und das heißt, wenn ihr am Tag so 9, 10 mal anbietet, kann man mit dieser Liste auf jeden Fall über 100.000 Coins am Tag machen. Das klingt jetzt sehr unrealistisch und viel, aber es funktioniert. Ich stehe ja nicht umsonst schon bei 2 Millionen Coins. Ich mache nicht viel, ich mache auch nur ganz entspannt UV ein bisschen nebenbei. Und ja, es läuft die meiste Zeit eigentlich sehr gut, sonst hätte ich ja nicht so viele Coins schon gemacht. Leute aus den Trading-Gruppen, denen geht es auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Da kommen, wie gesagt, jeden Tag auch neue Beispiele rein. Aber ich würde sagen, ihr fahrt mit dieser Liste auch sehr, sehr gut. Also ihr müsst nicht unbedingt in die Gruppe kommen. Nächste Woche kommt dann wieder eine neue Liste, deswegen könnt ihr jetzt schon mal kommentieren, was für ein Budget ihr nächste Woche sollt. Weil wir haben jetzt eine 100k-Liste, eine 250k-Liste und diese 500k-Liste. Natürlich könnte man auch mal eine neue 100k-Liste machen, eine neue 250k-Liste. Wir könnten aber auch den Step auf 750k oder eine Million oder zwei Millionen gehen. Kommentiert das gerne mal, was ihr euch da wünscht. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dieser Liste und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, wollen wir rein und rein. Ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.